Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Trotto.de Trabrennbahn Mariendorf auf Hauptstadtsport.tv Letzter Renntag vor dem legendären Deutschen Traber Derby auf der Trabrennbahn Mariendorf am Sonntag zeigten Pferde und Fahrer noch einmal, auf was sich die Zuschauerinnen und Zuschauer in den kommenden Wochen freuen können. Ja, viele schöne Rennen, gute Pferde, teilweise der letzte Test vor der großen Derbywoche. Und ich freue mich drauf und schön dabei zu sein, vor allen Dingen auch mit chancenreichen Pferden dabei zu sein. Dass dies nicht nur lose Worte bleiben sollten, zeigte sich in zwölf spannenden Rennen, bei denen sich die Fahrradduelle vom Allerfeinsten lieferten. Ein Höhepunkt des Renntages stellte das achte Rennen der sechste Lauf der Newcomer-Serie dar. Ein Rennen, auf das sich Mitfavorit Cornelius Clout ganz besonders vorbereitet hat. Mein Pferd ist gut. Die anderen Mitfavoriten, Gigi's Victoria und Ice Bear Newport, sind auch gute Pferde. Aber ich denke, er kann das mit denen aufnehmen und von daher bin ich sehr optimistisch. Bei einem nervenzerreißenden Rennen mit vielen Positionswechseln setzte sich der gebürtige Gelsenkirchener Thomas Pancho mit seinem schwedischen Pferd Cobra Hallerit durch und gewann das mit 6.000 Euro dotierte Rennen. In der Mitte der Bahn, Cobra Hallerit, Thomas Pancho, der gewinnt diesen Lauf. Cobra Hallerit, ein nächster Toto-Schocker, Foggi's Victoria, dritter, kann es noch gerade so in den Noelani geschafft haben. Ja, es hat sich jetzt wunderbar entwickelt. Ich hatte eine gute Startnummer und ich lag optimal im Rennen. Und von daher, als Michael Nimczik dann noch rausging, lag ich dann zweites Pferd in und konnte warten bis Anfang der Grade. Und dann setzte er sich gut ein. Der größte Höhepunkt war allerdings der zweite Lauf des Supertrott-Cups. Mit dabei war natürlich auch der deutsche Meister Michael Nimczik, der sich verdient gute Hoffnungen auf den Sieg des mit 20.000 Euro dotierten Rennens machen durfte. Ich habe ein gutes Pferd zur Hand mit Emilion. Er hat wirklich tolle Leistungen dieses Jahr schon gezeigt. Er läuft gegen die älteren Pferde jetzt und es ist kein Spaziergang, es ist ein harter Gang. Aber ich denke, er hat das Potenzial, das Können dazu. Und deswegen denke ich auch, wenn alles gut läuft, haben wir eine Chance aufs Finale. Und mit Josfer B. gab sich ein absoluter Weltstar des Trabrennsports. Bei diesem lauft die Ero und ergänzt du das bereits mit Top-Fahrern besetzte Feld. Für den Holländer ein schönes Gefühl, wieder in Berlin am Start zu sein. Es ist schön, dass die Besitzerin mir eine Invitation gegeben hat, zum Kommen. Und ich komme gerne nach Deutschland. Ich habe das immer gerne gehabt. Heute meine Pferde sind nicht so einfach. Eine hat eine ganz schlechte Nummer, Nummer 12. Es sind nicht so einfach gute Pferde drin. Und die andere, das Pferde kenne ich nicht so gut. Heute ist Spaß für mich. In einem absoluten Top-Rennen schenken sich die Pferde und Fahrer nichts. Und so konnten die Zuschauer eindrucksvoll sehen, was den Trabrennsport ausmacht. Am Ende konnte sich der ehemalige Weltrekordhalter und Weltmeister Heinz Wevering mit seinem Pferd Rainbow Diamond die Krone aufsetzen. Und dabei zeigten sich trotz aller Erfahrung wahrhafte Emotionen. Dessert King ist vorn. Jürgen Zunissen. Dessert King, Rainbow Diamond, komm. Dessert King, Rainbow Diamond. Rainbow Diamond oder Dessert King. Ganz, ganz eng. Sonst immer offensiv eingesetzt, Rainbow oft. Und diesmal richtig mit der geschonten Lage. Er hat es dir gedankt im Einlauf. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das passte alles. Und auch das Rennen vorher mit Chantal hinten in Karlshorst. Das war natürlich eine optimale Vorbereitung. Man konnte an diesem Renntag aber nicht nur den ganz Erfahrenen zusehen. Auch das Mini-Trabber-Rennen stand auf dem Programm und zeigte, dass man sich um den Nachwuchs keine großen Sorgen machen muss. Am Ende setzte sich die sechsjährige Ami Fink durch. Nun steht das deutsche Traber-Derby an. Für Konrad Lugauer das Highlight des Rennkalenders. Gut, wir haben für das Derby selber eine Stute und einen Hengst, die dieses Jahr leider nicht zum Favoritenkreis gehören. Man darf also gespannt sein, wer sich in diesem Jahr die Krone bei der 124. Ausgabe des deutschen Traber-Derbys aussetzen kann. Und wer die Zuschauer überrascht. Doch eins ist klar, auf der Trabrennbahn Mariendorf kann man wieder einiges erwarten. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von trotto.de.